König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Der König, Bube, Dame, Gast Podcast geht aufgrund aktueller Mikrofonmüdigkeit, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, erstmal in eine ausgedehnte Sommerpause. Wie ausgedehnt die wird, werden wir sehen, aber tröstet euch, ich habe keine Angst, wir kommen wieder und ihr werdet zumindest größere Teile des Teams auch auf dem Potsdok treffen. Und deshalb hier noch einmal der Trailer zum Potsdok. Wir freuen uns darauf, euch zu treffen. Bis dahin, tschüss. Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Potsdok, welches vor zehn Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe. Keine falsche Bewegung, du Audioarmleuchter ohne RSS-Feed. Na los, Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nid- und nagelfest ist. Und die große Pfanne nehmen wir auch mit. Und nachdem das Schiff auf allen sieben Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren spektakulären Ort an. Den Dümmer See. Erlebe vom 13. bis 15. September drei Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. Zehn Jahre Potsdok. Tickets und alle Infos gibt es auf podstok.de